Hallo, mein Name ist Susanne Schönbach. Ich führe einen kleinen Reitbetrieb für Kinder und Reiter mit Behinderung. Und wollen Sie mir helfen, den großen Herzenswunsch meiner Reitkinder und Reiter mit Behinderung in die Tat umzusetzen? Wir wollen ein Projekt starten. Und zwar wollen wir eine Longierhalle bauen. Und meine Kinder werden Ihnen gleich erklären, warum wir eine Longierhalle brauchen. Trixi, wir brauchen eine Longierhalle, wa? Sonst müssen im Regen unsere Reitsche und Eger ausfallen, weil wir nichts haben, wo wir reiten können. Na Kalli, wir brauchen eine Longierhalle. Wenn wir keine Longierhalle haben, können wir auch nicht bei nassenm Boden reiten. Wir brauchen dringend eine Longierhalle, um den Reitschülern zu jeder Tageszeit und vor allem zu jeder Jahreszeit das Reitenlernen zu ermöglichen. Egal ob im Sommer oder Winter, bei Wind oder Regen, Schnee oder Matsch, durch diese überdachte Variante ist man von all diesen Faktoren nicht mehr abhängig. Und der Reitlehrer kann somit mehr Stunden wahrnehmen und die Schüler demnach auch. Man ist flexibler und kann auf die Wünsche der Kunden noch besser eingehen, sowie das Angebot erweitern. Und alle Beteiligten ziehen daraus nur Vorteile. Meine Töchter, Denise und Vivian, beide Angelman-Syndrom und Leonie reiten schon seit einigen Jahren bei Susanne. Leider fehlt hier ein überdachter Longierhalle, um kontinuierlich Therapie und Reitstunden genießen zu können. Meine Kinder lieben es, sich mit den Pferden zu beschäftigen und sind todtraurig, wenn Reitstunden witterungsbedingt abgesagt werden müssen. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung. Wir freuen uns darüber, dass Sie den Wunsch von den Kindern und den behinderten Reitern erfüllen wollen und uns dabei helfen, das Projekt umzusetzen. Vielen Dankeschön! Vielen Dank! Vielen Dank!